Hallo und herzlich willkommen in diesem MOOC. Schön, dass Sie hier sind, um Ihre Diversitätssensibilität zu schärfen sowie Ihr Wissen über Privilegien, Vorurteile und Inklusion auszubauen. Mein Name ist Lisa Scheer und ich bin für die Organisation dieses MOOCs zuständig gewesen. Unterstützt wurde ich dabei von meiner Kollegin Christina Fischer-Lessiak in der Koordinationsstelle für Geschlechterstudien und Gleichstellung der Uni Graz. Das eine oder andere Erklärvideo haben wir auch selbst entworfen, aber die meisten Videos haben Kolleginnen, Studierende und externe Expertinnen konzipiert. Ihnen gilt an dieser Stelle unser größter Dank. Somit macht der MOOC nicht nur die Expertise an der Uni Graz sichtbar, sondern auch unsere Kooperationen und das Wissen in anderen Institutionen und Organisationen. Die Vielfalt an unterschiedlichen Videoformaten, die Sie in den einzelnen Lektionen kennenlernen werden, stellt für uns ein besonderes Merkmal dieses MOOCs dar. Wir hoffen, dass auch Ihnen diese Abwechslung gefallen wird. Die Idee für den MOOC entstand im Anti-Bias-Zirkel der Uni Graz. Deshalb wird der MOOC auch als Anti-Bias-MOOC abgekürzt. Der Anti-Bias-Zirkel ist ein Universität zweites Gremium, das sich zum Ziel gesetzt hat, Barrieren abzubauen, Privilegien zu reflektieren, Normvorstellungen zu hinterfragen, diskriminierende und machterhaltende Mechanismen abzubauen, sowie einen inklusiven Ort fürs Lernen und Arbeiten zu schaffen. Ein Beitrag zur Erreichung dieser Ziele ist der Anti-Bias-MOOC, der zur Sensibilisierung und zum Wissensaufbau dient. Der MOOC umfasst neun Lektionen, in denen genauer betrachtet wird, welche Bedeutung Alter, Behinderung, Klasse, Religion, Race und Gender in der Gesellschaft und insbesondere an der Hochschule haben. Es bleibt aber nicht bei der Analyse. In jeder Lektion finden Sie Anregungen zur Selbstreflexion und vor allem auch für den Alltag an der Hochschule. Handlungsanregungen kommen also nicht zu kurz.